Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Forest, hätte ich fast gesagt. Nein, zu Gretel. Hallo! Hallo! Wir bereiten uns jetzt vor, um auf große Reise zu gehen. Und wir möchten gerne einen anderen Ort finden, um da uns niederzulassen und ein richtiges Räuschen zu bauen. Und wir möchten mehr lernen. Nimmst du den anderen Frosch hier? Was? Ich mach grad Feuer. Ach so. Ja, nee, ich muss ja nicht sofort. Ach so. Hast du noch Stöcke? Ja, nicht so viele. Aber wir haben ja noch hier welche. Ähm, hier ist noch ein Knochenmesser, wenn du willst. Hm. Ich glaub, ich bin voll. Ja, ich kann nichts mehr nehmen. Du musst das auch jetzt fahren. Dann nehmen wir hier noch ein bisschen. Äh. Hallo? Gib mir die! Da gibt mir keine großen. Hast du Zonen noch? Ja, da müsste auch noch was liegen. Ist vielleicht auch sinnvoll, wenn du was mitnimmst. Das stimmt natürlich. Aber ich kann jetzt erstmal Feuer machen. So, und dann da. Se bitch, sagt er immer. Se bitch! Bin zu müde, ich kann nicht. Okay, dann mach ich. Warte. So, ich kann da auch noch was sehen. Und hier haben wir schmutziges Wasser. Hatte noch irgendwo Hundergedünsel hingetan. So. Mal ein bisschen Kohle mit hier ist noch was. Das Gewurzel nehmen wir auch mal mit. Da können wir ja noch was Schönes draus machen. So, ich mach mal eben noch Verbände mit Kohle. Äh, mit Kohle, mit Asche. Hast du noch schmutziges Wasser? Ja, ja. Gut, weil das ist... Ist das andere schon fertig? Ja, das ist schon fertig. Mein Bedong ist voll. Okay, warte. Bedong, Bedong, Bedong. Ich hab ja aus irgendeinem Grund jetzt zwei. Warum? Ich kann mich nicht daran erinnern, zwei gehabt zu haben. Aber okay. So. Ja. Da. Und da. So, ich hol' nur noch mal ein neues. Dieses hier bitte. Ach ja. Wir haben große Pläne. Noch ist er motiviert. Ja, noch ist Leopold nicht da. Und auch kein Ingo und so. Huch. Hast du jetzt... Ist ganz voll dein Bidon? Äh, 40 von 40, ja. Ah, okay. Ich mach' ich noch was. So. Wie geht's mit dem sonst so? Wasser, Proteine, Kohlenhydrate, alles gut. Ich mach' das auch noch voll. Also ich hab' genug Weih. Äh, wir sollten aber einmal schlafen, bevor wir losgehen. Das stimmt. Hä? Schmutzig. Okay. Ich will bloß auf die Schnecken warten, damit die nicht verkuckeln. Die Schnecken, äh, werden nicht schlecht, wenn du die so in deinem Dings drin hast, ne? Ach so, ich dachte, die wären schlecht. Sind alle voll? Ja. Mal schütten. Und das noch, und das noch. Ja, wir schlafen gleich. Gut. Drei Proteine. Nehmen. Was brauche ich? Ich hab' schon mal vergessen. Proteine und, äh, Kohlenhydrate. Ach, Quatsch. Die Uhr wollte ich gucken. Dann esse ich die Schnecken mit. Kohlenhydrate. Haben wir vielleicht wieder so eine Frucht? Ne, da ist eine Blume drin. Banana. Da ist noch so eine Pflanze. Da ist eine Frucht. Sehr schön. Na, die doch einfach direkt mal essen. Viel besser. Wasser brauche ich immer wieder. Immer wieder Wasser. Es ist schlimm, ne? Oh, hier sind noch Nüsse runtergefallen. Die können wir auch noch mitnehmen. Und dann, ich würde sagen, wir warten aber noch ein bisschen, bevor wir schlafen gehen, weil sonst ist wieder, wenn wir los wollen oder so, das wäre auch doof. Ja, das stimmt. So, was machen wir? Wasser. Ach, ich bin so doof. Also, mir geht's ganz gut. Ein bisschen was wäre vielleicht schön, aber... Ja, so weit geht's mir auch gut. Ein bisschen Wasser und ein paar Proteine, aber ansonsten ist alles gut. Ich nehme mal das Fleisch und brate das nochmal... Hallo, gehst du bitte? Ach, scheiße. Ich bin zu schwer. Welches Fleisch? Nee, ich habe es genommen. Ach so. So, kann ich irgendwas essen? Drei Verbände und einen Ascheverband. Essen. Essen. So, jetzt müsste es doch gehen, ja. Ich mache mal noch zwei Verbände. Besser man hat, als man hätte. Das ist richtig. Ach, ist das schlimm, wenn ich so motiviert bin? Warte, die Zwiebel, obwohl können wir die sammeln, dann können wir vielleicht Samen mitnehmen. Ist doch vielleicht cooler. Apropos sammeln. Ich gucke nochmal schnell nach den Bananen, ob wir Bananensamen kriegen. Unbekannte Wurzel und die wird nicht schlecht, sehr cool. Ach ja, das wird was mit uns. Das wird super. Und eine Pflanze, die wir schon, wie heißt das Wort, was ich suche? Gepflanzt haben? Die ist ja fertig, oder? Ja. Müssen wir die dann... Ich habe zwei Bananensamen. Wo sind die? Hä? Schifferband? Unbekannte Zwiebel. Kuh halten zum Frühjahr. Ja, wir schlafen doch gleich, Bub. Ah, okay. Ja, die können wir auch noch mitnehmen. Habe ich jetzt Samen davon auch? Ja, wo ist denn der Bananensamen? Ach hier, Bananensamen. Da, ganz im... Unscheinbar im Eck. Zwei Stück. Hä? Ich habe, äh... Jetzt hier diese... Diese Pflanze hier, ne? Ja. Jetzt abgemacht. Die habe ich aufgesammelt. Wie kriegt man denn jetzt... Davon noch mehr? Gar nicht, oder was? Was? Obwohl, ne, man kriegt ja aus einer Zwiebel kriegt man ja zweimal ein Zwiebelteil zum Pflanzen. Ja, okay, dann... Dann hat man ja mehr, als man vorher hat. Tja. Was ist da? Ein Stock? Speichern wir einmal, ne? Das ist schwer. Mann! Hier, bitte... Dann haben wir hier von zwei nicht mit. Verprügelst du wieder den Speicherpunkt? Mhm. Ich gehe mich eben erst mal waschen, bevor ich speicher. Ich sehe überhaupt nichts gerade. Aber ich höre das Wasser. Ja. Ja. Na, na, immerhin. So. Ich bin wieder dreckig sauber. Das ist schön. Was macht mein Fleisch? Das war cool. Ich hatte vergessen, dass wir das hier haben. So. Ach so. Fleisch ist schwer, sehr schwer. Naja, es braucht dir eh was. Dann, wo ist mein Bett? Da. Gute Nacht. 3, 2, 1. Ah, okay. Ja, halb vier ist eine gute Zeit. Dann ist es auch gar nicht dunkel, glaube ich. Nein. Hast du dir Schalen mitgenommen? Ne, noch nicht. Ich muss das mal was trinken. Ich muss das mal was trinken. Ich habe zwei. Ich habe jetzt eine. Stell die einmal hier hin. Finde ich wahrscheinlich gleich. Oder so dunkel ist. Hä? Was? Ich war das. Ich bin hier. Wo ist meine Schale? Da krömen irgendwo, oder? Hab sie gefunden. Mal schön. Hast du wieder aufgehört zu regnen? Ja. Da ist der Pilz war noch. Dann ist er auch weg. Wie sieht es denn jetzt aus? Ich habe zwei Zahlen. Hast du jetzt auch zwei? Ne, ich habe eine. Willst du die andere da noch nehmen? So, an sich brauche ich nur trinken und Proteine. Okay, ich speichere mal einmal. Oh ja, ich speichere auch einmal. Wer nicht speichert sich nicht. Bin sie nicht vollgepackt. Na, trinken ruhig auch. Und wiederum sich geschlagen. So. Ja, ich kann es nicht lassen. Brauchen wir noch irgendwas von hier? Also ich habe fünf Verbände habe ich gemacht. Kohle habe ich auch. Ich habe zwei Tabakverbände, ne, drei Tabakverbände und zwei Asche. Ich habe fünf normale und einen Asche. Ja, theoretisch. Müsste reichen. Mach mal noch einen normalen vielleicht. Ja, hat auch Platz. Aber ich kann jetzt wieder nicht laufen. Ja, sollen wir dann mitten in der Nacht losziehen? Ich habe gerade in deinen Kopf geguckt. Das war sehr unangenehm. Ist mein Kopf nicht so schön von innen? Ne, von innen ist er sehr hohl. Tatsächlich. Wow. Wow. Du bist sozusagen eine Hohlbirne. Danke. Hast du ein Messer? Ja, ich kann es leider nicht nehmen. Okay, dann lass uns mal losmarschieren. Ja, ja, geh du ruhig vor. Hier ist ein Leuchtepilz. Ich esse den mal. Ich esse nochmal alles Mögliche, was mir auf dem Weg begegnet. Warte, ich will auch eine Banane essen. Genau die, die ich essen wollte. So. Kommen wir. Eine Banane. So. Jetzt haben wir mich schon verlaufen. Wo bist du? Wo ist der Weg? Hä? Wo bist du? Hier, wo mein Name steht. Ich mache mal noch ein Bananensamen-Dings. Okay. Dann haben wir drei. Das ist ganz gut, glaube ich. Kommst du? Ja. Ich bin direkt hinter dir. Ich kann nichts mehr tragen gerade, bevor ich nicht irgendwas verbraucht habe. Ich sehe den Weg nicht. Das ist Ihnen nicht so gut. Ach ja. Ich glaube, hier geht es lang. Ich folge deinem Namen. Eine Larve. Oh ja. Komm, die müsste doch noch gehen. Oh, was ist das? Das ist ein Essen. Eine Maus. Nehme ich. Oh. Hier sind noch Filze, wenn du möchtest. Ah, jetzt sieht man wieder mehr. Guck mal, hier ist so eine Wasserquelle zum Beispiel. Da ist jetzt nichts drin und wenn es regnet, ist hier Wasser drin. Ah. Und dann, äh. Ja. Habe ich eigentlich einen Stein? Einer wäre vielleicht gut. Ich habe zwei Steine dabei. Na gut. Dann muss das halt erst mal reichen. Oh, Pils. Wir snacken uns hier durch den O-Wald. Genau. So, unser Plan ist übrigens, wir wollen jetzt erstmal dahin, wo wir waren. Und wollen unseren Topf holen. Mal gucken, wer den dann tragen kann. Und dann wollen wir uns was Schönes suchen. Wir wollen mal gucken, ob die Kletterausrüstung da ist. Äh. Oh, Nuss. Ja, habe ich auch gesehen. Eine für mich. Eine für dich. Pilze. Mal, wir essen, wir essen den Urwald leer. Man hört uns die ganze Zeit so... Mh, 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 Yum, Yum. Ähm. Was will ich jetzt sagen? Achso. Genau. Und dann wollen wir gucken, ob die Kletterausrüstung vielleicht da ist. Die wollen wir dann mitnehmen. Und, äh, uns ein Urwald suchen, wo wir hin können. Oh, warte. Da unten ist eine Kokosnuss, die würde ich gerne mitnehmen. Ja, da. Ich sehe ein Nest, da gehe ich auch mal in. Hä? Nee, nicht das Wasser, sondern die Kokosnuss, bitte. Trinken. Und mitnimm. Okay. Ist aber kein... Wo bist du? Oh, da. Oh Gott. Ich habe nur ein Vogelnest genommen. Davon kann ich doch nicht so schwer sein. Ich muss aus dem Wasser raus. Ja, kleines Stück noch. Wir sind gleich da. Supi gemacht. So, okay. Weißer, ein Vogelnest habe ich genommen. Okay, irgendwas essen, die will ich behalten. Wenn ich den wegschmeiße. Okay, reicht. Okay, reicht. So kann man ja eh nur so zu kochen. Ich hoffe, ich weiß den Weg auch ungefähr. Was soll das? Hast du ein blödes... Ja, ist schon gut. Oh, das war ein Schwein, oder? Ja, auch. Aber ich habe noch was anderes gehört. Wir müssen, glaube ich, hier in diese Richtung. Gott. Dieses Schwein klingt jedes Mal so vom ersten Moment wie so ein Leopold. Wie was? Wie ein Leopold. Ja. Guck mal eben. Komm da nicht hoch. Nee, auch nicht. Kann nicht von oben gucken. Jetzt haben wir schon... Warte, du hast einen Egel. Ich habe ihn mal weggemacht. Na, ist das so nett von dir? Da drüben ist... Ach nee, das ist ein Steiner. Bitte keine Schlange. Bitte keine... Na, 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 na. Schlange? Nein. Jetzt? Auch nicht. Puh, guck mal. Was da vorne ist. Aber wir müssen doch eigentlich erst... Aber wir können das vielleicht entdecken, glaube ich. Warte, wie kommen wir denn hier runter? Hier ist nichts zum Runtergehen. Vielleicht außenrum irgendwie. Hier so lang. Genau, das war der Plan. Und dann wollten wir uns eine schönen... Da unten liegt ein toter Vogel. Ja. Springen und holen es hier. Warte, wir müssen gucken, wo wir sind. Sonst geht das nicht. Jetzt gerade... 49 W 25 Süd. Oder 24 Süd. Ich habe übrigens wieder meine Karte. Hier, ne? Zeig sie mal. Ach so. Es ist immer noch nicht da. Bist du sicher, dass du mir es geschickt hast? Ja. Mann. Da, 25. Ach, da ist der See. Wir sind dran vorbeigelaufen, glaube ich. 49. Wir müssen ein bisschen mehr westlich. Okay. Und ein bisschen mehr südlich. Also in die Richtung. Wir sind doch nicht dran vorbeigelaufen. Aber wir müssen hier irgendwie unten herum. Ich habe Angst. Bist du bei mir? Ich bin bei dir. Dir kann nichts passieren. Was ist das? Oh, ein Stein. Nein, aus! Was machst du denn da? Ich nehme Steine und bin wieder zu schwer. Da nehme ich ihn. Okay. Da liegt noch einer. Hier so? Vielleicht? Hier noch? Sieht doch rot aus hier, oder? Das sieht super aus. Was du hier machst. Ja, was? Ja. Und dann werden wir uns einen wundervollen Platz suchen. Um ein Schloss zu bauen, ähm. Ich bin im Moment mehr angespannt, als du kannst. Weiß nicht. Ich auch nicht. Ich bin sehr angespannt. Ist das da unten? Ich bin auch sehr angespannt. Wenn das so ist. Was ist das für dich da hinten? Wir müssen zu 26, 27 und 50. Wir sind jetzt 49. Müsste hier irgendwo sein. Noch ein kleines Stück. Hier geradeaus. Ach ja, doch stimmt. Hier hinter, ne? Die Schweine machen mich fertig, ne? Also die hasse ich echt. Ich finde die super. Oh, oh, Früchte. Die brauchen wir ja vielleicht. Gott, quietscht doch nicht so. Gruseliges Schwein. Hast recht. Entschuldigung. Nicht essen, alle. Ich habe eine genommen. Wollte auch eine essen. Ja, eine habe ich nur genommen. Brauchst du noch eine? Wollen wir die nicht? Warte mal. Nö, weiß noch nicht. Ich überlege halt, wenn wir die sammeln. Ja. Eine, ja? Oder bist du unbekannter Samen. Hast du? Mhm. Ja gut, einer reicht. Dann esse ich die anderen. Nee? Nee? Und wir snacken uns weiter durch den Urwald. Das essen wir noch. Und das essen wir noch. Und da auch. Necker Pilze. Da oben. Guck. Geil, ich habe mich jetzt geduckt, weil ich unter diesen Baumstamm durchgegangen bin. Ich bin auch... Das ist gut. Bin ich verrückt? Vorsicht, du ist die Mutter der Porzellankiste. Das stimmt natürlich. Pilze! Oh, ich habe irgendwas. Oh, hast du einen Egel? Darf ich den rausziehen? Ja, bitte. Wo hast du den Egel? Ich weiß nicht, ob ich einen Egel habe. Ich sehe keinen. Ich habe auf jeden Fall... Irgendwas. Halt! Zurück! Und drehen! Noch ein Stück? Warte. Ha! Dankeschön. Ha! Das findest du geil, ne? Ja, das geht mir richtig einer ab. Du gehst jetzt, Porz. Stimmt. Hab's. Wir gucken, ob wir hier speichern können, ja? Ja. Hier hängt der Kalender. Ich hole schnell den Topf. Okay. Aber wir können ja... Hatten wir hier... Hier sind noch Snacks drin. Oder wieder? Wahrscheinlich wieder, oder? Keine Ahnung. Ich esse und trinke mal, ne? So. Mensch, hier ist aber viel drin. Boah, mir geht's voll gut jetzt. Das hat sehr gut getan. Warte, ich guck mal, kurz wie's mir geht. Ich brauch Proteine und Wasser. Eine Dose? Hier ist noch eine Dose drin. Guck mal. Zum Essen. Hast du den Topf jetzt genommen? Ja. Wo ist der überhaupt? Hast du ihn vorher getrunken? Natürlich. Okay. Dann ist ja gut. Wo ist wer? Nichts, warte, ich muss nur kurz sortieren hier. Trockenfleisch, Chips, Schokorie. Du könntest mal. Wie drehe ich das Zeug gleich nochmal im Inventar? Äh, rechts. Achso. Du könntest hier noch, ähm... Hast recht, hier ist ja auch die Karte wieder. Wollen wir mal kurz speichern? Ja, auf jeden Fall. Äh, was ich sagen wollte, du könntest dann nochmal eine Kokosnussschale runterlegen. Dass, wenn wir hier wieder vorbeikommen, dass wir dann vielleicht was haben, weißt du? Das ist eine herausragende Idee. Naja, so bin ich manchmal. So, haben wir hier noch irgendwas liegen, was wir gebrauchen könnten? Gerade. Warst du da hinten schon? Was? Warst du hier hinten schon? Äh, nee. Okay. Ich weiß auch nicht, ob hier ursprünglich irgendwas lag, was wir gebrauchen könnten. Nö, ich seh nichts. Okay. Dann müssten wir jetzt nach Norden am besten. Hast du gespeichert? Äh, ja. Soll ich den Holzlöffel jetzt mal mitnehmen? Ja, mach. Weiß nicht, ob das hilft, aber solange du nicht irgendwie voll bist oder so. Äh, noch nicht ganz. Warte, ich trinke mal eben was auf. Oh, ich habe eine leere Dose. Toll. Ach, und meine Maus. Ja. Zwei Frösche, eine Maus. Ach, was ich alles so einstecken habe. Ich habe einen Vogel und zwei Frösche. Und stopp. Geht's mir denn? Boah, geht's mir so gut? Ja, mir fehlen gerade. Proteine fehlen mir ein bisschen. Aber nicht viel. Okay. Ich speichere jetzt mal, nochmal, nur einfach, weil es mir so gut geht. Das ist der Richtige? Ja. Wie spät ist es denn eigentlich? Okay. Gut, zwei Elf. Ab in den, äh, Norden. Ja! Oh, pass auf, Amazon-Hübel. Genau. Nuss? Schnapp sie mir die Nuss direkt vor der Nase weg. Ja, aber da war doch noch eine. Ja, habe ich genommen. Ist das? Ich habe so Angst. Musst du nicht. Du bist bei mir, ne? Es gibt lecker Pilze. Das stimmt. Wenn man Pilze hat, braucht man keine Angst. Nee, das stimmt. Was war das? Du? Was denn? Nichts. Ich habe nichts gehört. Pilze. Gehe ich jetzt Richtung Norden? Ich weiß nicht, wo du hingehst. Norden. So langsam, wie ich mich bewege, hat, glaube ich, keiner irgendwie Schwierigkeiten mitzuhalten. Hier ist nichts. Oh, aber ich höre was. Ja, hier ist Kacke. Ja, hier ist Kacke. Hast du Kacke? Ja, nimm deine Kacke mit. Ich bin zu schwer, die Kacke war zu schwer. Mann! Wie wäre es denn, wenn wir das hier ein bisschen dezimieren? Nein? Ähm. Gut, dann müssen die Stücke halt gehen. Ein paar habe ich noch. Okay, weiter geht. Ich bin so mutig. Ich habe überhaupt gar keine Angst vor. Gar nichts. Hallo? Ja, hallo. Achso, hi. Was wollen wir denn hier in die falsche Richtung machen? Gut, dass wir diese Uhr haben. Ja, ja, ich bin, ah, total, äh, ich konzentriere mich total auf die Uhr. Ich finde es schön, wenn du dich auf Schlangen konzentrieren konzentrieren konntest. Guck mal! Ich esse Pilze, da kann ich gerade nicht. Oh, das Westenest. Das ist aber nicht das, was wir meinten, glaube ich, oder? Nee, ich glaube nicht. Wo ist das Westenest? Da links. Ach, da unten. Okay, dann ist gut. Wo bist du? Nicht, wo mir das Westenest? Achso. Honey! Ich kann es nicht nehmen. Was hast denn du alles in der Tasche, sag mal? Alles. Alles, was du dir vorstellen könntest. Das musst du nur umsortieren, das geht schon. So, der Schubbrüttel dahin. Kann einen darüber. Kann der da unten? Nö. Jetzt vielleicht. Ich möchte diesen Honig haben, bitte. Jetzt. Immer noch nicht. Hast du was Tolles entdeckt? Ich habe Lehm rausgefischt. Aber guck mal, jetzt kriegen wir ein Tagebuch, neuer Eintrag, Lehmwand, Lehmmischer. Oh Gott, das war nur Nest. Das kann ich nicht nehmen. Da platscht du. Dann bist du wieder voll und jammerst wieder rum. Ich bin voll. Da muss ich mal vielleicht ein Feuer machen oder so. Hä, das sieht hier irgendwie ein bisschen anders aus, habe ich das Gefühl. Ach nee, ich stehe nur auf einer anderen Stelle. Alles gut. So. Willst du jetzt hier irgendwas machen? Uns geht es doch gerade so gut. Nimm doch den Fisch so mit. Nimmst du den? Ja, gib ihn her. Kannst du den noch nehmen? Bist du jetzt nicht zu schwer? 45,55. Willst du noch einen Fisch nehmen? Ich glaube, das wird dann zu voll. Okay. Haben wir diesen Ort jetzt irgendwie entdeckt oder so? Nee, ne? Okay, dann ist das wahrscheinlich der kleine Teich. Teich. Der kleine Teich. Hier unten. Was? Jetzt mal der Fisch. Nee, ne? Dann nicht. Hier, diese Pflanze hilft uns bei Food Poisoning, wenn wir die kochen. Ja. Und sie nimmt sie mit, weil sie ist ja noch nicht voll. Was? Nix. Bei mir ploppt ihr die ganze Zeit auf Lagerküste und dies und das. Ja, ja, weil ich es mit dem Leben gespielt habe. Ja, die kannst du auch essen. Die Frucht hier. Welche? Die vor mir direkt. Die hier. Ach so. Ach scheiße, jetzt habe ich nichts gesammelt, ich Idiot. Ich auch nicht. Ich habe die jetzt gegessen. Ich glaube, da sind nur drei dran, mehr sind das nicht. Na gut. Wieder. Äh, so. Warte im Norden. Da lang. Oh, Ameisen. Ja, kacke. Ich finde es schön, wie du immer einen Schritt machst und dann kurz stoppst. Ich sag, stopp. Ja, ja, ich auch. Wo ist das? Irgendwas läuft hier. Wo? Ich sehe es nicht. Keine Ahnung. Vananschen. Äh, hier könnte man auch gut bauen, aber mehr wollen wir. Aber so, ne? Falls dich das jemand fragt, kann man bestimmt gut bauen. Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, theoretisch kann man hier an sehr vielen Orten tief bauen. Sehr wahrscheinlich, aber wir müssen aber bedenken, wir brauchen durchaus etwas mehr Platz. Vielleicht. Brauchen wir auf jeden Fall. Ein toter Vogel. Oh. Hier, kannst du noch was tragen? Nee. Hm. Warte, dann. Achso, du guckst noch. Ich habe ihn gesammelt. Okay. Ich glaube, wir sind aber auch gleich da. An diesem Fischer-Dingsbums. Was war das? Ach du, was ist das? Da sind die Nüsse gefallen. Ja, guck. Ich habe dich aus den Augen verloren, ach da. So, warte, ich guck mal nochmal eben. Das ist in 52,19 und wir sind jetzt 50,22. Also, ein bisschen östlich. Ja, dann müsste das doch hier sein. Was war das? Ach, ne Maus. Ich finde das so gemein, dass die Mäuse quasi dieselben Geräusche machen wie irgendein großes Tier. Winter oder hier in der Höhe bleiben? Ich weiß nicht. Was machst du da mit deinem Gespring? Ich versuche hier drüber zu kommen. Ach komm, so müde kannst du gar nicht sein von dem bisschen gehofft. Ich glaube, du hast den besseren Weg genommen. Nee, mit der Angel kann ich ihn nicht erschießen. Oh, ich bin zu schwer. Kommst du ein bisschen Honig oder möchtest du? Nee, nee, mach ruhig. Ich bin zu schwer. Essen. Kommst du heute auch noch Honig? Nein. Möchtest du eine Schlange haben? Nein, ich bin voll. Machst du nicht. Ich habe jetzt schon zwei normale Nüsse gegessen, weil ich schon voll bin. Okay, ich gehe weiter. Okay, piep. La, 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 la. Früchte. Ja. Dahinten liegt noch ein Vogel. Ich sammle immer wieder eine, dann haben wir wieder zwei Samen davon. Okay. Willst du die andere dann essen? Ja. Kann man sich eigentlich ja auch überfressen, dass man fett wird? Ich glaube nicht. Entweder du sammelst den auch noch oder ich sammle den und nehme die Federn. Nur. Gesammelt. Gut. Oh, ähm, warte kurz. Ja? Ähm, kannst du noch was tragen? Was denn? Weiß nicht. Gib mir die Federn. Ich glaube ja, die Federn werden den großen Unterschied machen tatsächlich. Ja. Bin ich mir sehr sicher. Mein Gott, sind das viele. Äh, ja. Ich bin immer noch voll. Kann ich viele, viele, viele Pfeile von machen. Das ist aber was Gutes. Kokosnuss leer. Dann esse ich das mal. Hilft das? Das hilft ein bisschen. Jetzt bin ich bei 49,8 Kilo. Das geht. Okay. Dann weiter. Dieser Dunkel ist gruselig. Also eigentlich müssten wir hier geradeaus... Das ist doch schon der Sumpf, der da hinführt, oder? Ich habe doch keine Ahnung. Gibt es hier Krokodile? Bestimmt. Schön. Es gibt hier alles. Ja. Äh, äh, rückwärts, rückwärts, rückwärts. Komm mit. Warum? Wir müssen da hoch. Wir müssen ganz schnell hier weg. Komm mit. Wohin? Andere, andere Straßenseite. Ich kann nicht mehr rennen. Warum? Mein Gott, kannst du mal ganz so schnaufen? Das ist ja furchtbar. Da war ein Jaguar. Ich sehe den immer gar nicht. Da in der Flussseite rennen. Gut, dass ich dich dabei habe. Ich würde in jeden Jaguar reinrennen. Okay, wir sind bei 19,5. Das müsste richtig sein. Äh, dann müssen wir jetzt nur noch durch Sturm Nord. Muss erst da hinten sein, wo das Wasser lang geht, quasi. Wie kommen wir denn da durch? Geh lang. Ohne einen Jaguar. Der ist immer noch da drüben. Komm mal her. Ah, jetzt sehe ich ihn auch. Der slidet da rum. Hm. Der will doch nicht auch in die Richtung. Wo bist du schon wieder? Der Host hat das Spiel verlassen. Nein. Und wir sind schon bei über 30 Minuten. Du bist aber noch nicht ganz weg. Ich kann nicht Pause machen. Ich bin ganz weg. Ich bin schon raus. Nein, du stehst hier noch. Also dein Name steht hier noch. Raus jetzt. Ich bin ein Stern, der deinen Namen trifft. Ja, Leben läuft. Ein Jaguar. Pseudonymer spielt Green Hell. Ein Jaguar. Das Gute ist, wenn wir jetzt wieder rein... Scheiße. Schön, dass wir eine Ruhe sporen haben. Ich schär mich mal hier so hin. Ähm. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020